Auf der Registerkarte drücken Sie die rechte Maustaste aus dem Dropdown-Menü Registerkarten anzeigen visualisieren. Auf der Registerkarte visualisieren Gruppenlichter aus dem Dropdown-Menü-Befehl aktivieren Spot. Bewegen Sie den Mauszeiger über das Objekt, drücken Sie die linke Maustaste. Bewegen Sie den Mauszeiger über das Objekt, drücken Sie die linke Maustaste. Drücken Sie die Eingabetaste auf der Tastatur. Bewegen Sie den Mauszeiger über das Objekt. Auf der Registerkarte visualisieren ändern Sie die Ansicht in realistisch.